Die letzten Minuten vor dem offiziellen Startschuss der EUROSKILLS 2021. Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa strömen in die Grazer Stadthalle, um bei der großen Opening Ceremony dabei zu sein. Und während rund um die Hauptbühne bereits Partylaune herrscht, bringen sich einen Saal weiter auch die VIP-Gäste des Abends in Stimmung. Es freut sich jeder, es geht endlich los. Wir sind natürlich sehr, sehr stolz, dass viele, viele helfende Hände mitgewirkt haben, dass so quasi dieser Traum wahr geworden ist. Handwerk hat einen goldenen Boden und das wieder stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen, ist eigentlich auch Aufgabe solcher großer Veranstaltungen. Und dann ist es soweit. Begleitet vom frenetischen Jubel der Fans ziehen die Teams der 19 Teilnehmernationen in die Halle 1. Die Mitglieder der Fans Für die nächsten drei Tage brauchen Sie einen langen Atem, Mut, Können, Leidenschaft. Ich bin mir sicher, all das haben Sie mitgebracht. Und auch das gehört zu den traditionellen Regeln der Eröffnungsfeier. Zwei Competitors und zwei Experts legen im Namen aller Teams den offiziellen Eid auf die Euroskills ab. Für all Competitors, I promise to compete fairly, respecting and abiding by the code of ethics and conduct. Unterachtung und Eilhaltung, der Ethik und des Verhaltenskodex, der Wettbewerbsregeln und der Werte von WorldSkills Europe. Have a nice competition and again, Europe is with you. I wish you all the best. I keep my fingers crossed. I'm quite sure we will see a wonderful event and we will see each other again here on Sunday evening to celebrate the best of the very best. This is your starting moment. This is a moment to shine your talent, your ability and your knowledge. Einmal noch so richtig abfeiern und die Stimmung genießen, denn wenn die Sonne wieder aufgeht, wird es ernst, mit dem Start von Wettkampftag Nummer 1. Wir sehen uns morgen beim Bewerb in der Stadthalle. Wir freuen uns auf euch. Get home safe, people. Enjoy the competition and have fun. We wish you all the best. Thank you. See you in the next phase. We wish you all the best. 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 Vielen Dank.